Die Kuh auf der alten Mauer Diesen Übelstand brachte er während der nächsten Sitzung im Rathaus zur Sprache und erklärte, es sei eine Sünde und Schande, dass Gras und Kräuter auf der Mauer nutzlos wüchsen, blüten und verkämen. Der Ochsenwirt schlug vor, die Mauer abzumähen. Und wer die Mat einbringe, der dürfe sie verfüttern. Es meldete sich aber niemand, denn alle miteinander fanden den Vorschlag zu gefährlich. Die Mauer war hoch und brüchig und keiner wollte mit der Sense oder der Sichel hinaufklettern und sich dabei womöglich den Hals brechen. Schließlich und nach langen Debatten fand der Schreiner einen Ausweg. Er sagte, wenn schon das Vieh die Mauer kahl fressen soll, dann finde ich, soll es auch selber hinaufklettern. Dieser plausible Antrag wurde einstimmig angenommen. Außerdem wurde man sich einig, dass der Kuh des Bürgermeisters die Ehre gebühre, denn der Bürgermeister habe ihr das Gras und die Kräutertroben auf der Mauer entdeckt. Am nächsten Morgen wurde also die bürgermeisterliche Kuh feierlich zur Mauer geleitet. Der Bürgermeister band das Halfter los und sagte, »So, Minna, nun klettere hinauf und friss!« Aber die Kuh Minna dachte nicht im Traum daran, hinaufzuklettern. Man schob sie sechs Mann hochdicht an die Mauer. Der Bürgermeister schlug ihr eins hinten drauf. Nicht der Mauer, sondern der Kuh. Es half alles nichts. Minna wollte nicht. Da holten sie einen langen Strick und banden ihm der störrischen Kuh um den Hals, warfen das Ende des Stricks über die Mauer und zogen und zerrten und hingen am Seil wie die Küster an der Kirchenglocke. Dem armen Tier, quoll wie es so in der Luft, baumelte die Zunge aus dem Maul. »Seht ihr?« rief der Schneider. »Sie kriegt schon Appetit!« Und die anderen brüllten munter. »Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck!« Minnas Atemnot wurde immer ärger. Ihre Zunge wurde immer länger. »Gleich wird sie fressen!« meinte der Schmied. Aber sie fraß nicht. Sie verdrehte die großen dunklen Augen, zappelte noch einmal mit den Haxen und aus war's. Man lockerte den Strick, ließ Minna wieder zur Erde herunter und konnte nur noch feststellen, dass sie tot war. Es war ein rechter Jammer. Doch die Schildbürger, dumm wie sie seit einiger Zeit waren, hielten nicht viel vom Jammern. Sie schlachteten Minna die Kuh und veranstalteten beim Ochsenwirt ein Festgelage. Mit Kuhfleisch. Auf der Schweißekarte stand Kalbsschnitzel. Minna die Kuh als Kalbsschnitzel beim Ochsenwirt. Man kann verstehen, dass es dem Bürgermeister nicht schmeckte. »Liebe Freunde«, sagte er zerknirscht, »An Minnas vorzeitigem Ableben ist einzig und allein unser Scharfsinn und Verstand schuld.« Hätte ich das Gras auf der Mauer nicht bemerkt und daraus gefolgert, dass es nutzbringend verwendet werden müsse, wäre das brave Tier noch munter und guter Dinge. »Ich fürchte, wir sind noch immer nicht dumm genug«, die anderen nickten nachdenklich. Und das Gras und die Kräuter auf der alten Mauer wiegten sich nach wie vor im Sommerwind. Und das Gras und die Kräuter auf dem Sommerwind. Und das Gras und die Kräuter auf dem Sommerwind.